so da sind die drin fliegenfrau da vorsicht sie dran die werden wahrscheinlich in den rausgehen ja ich glaube wir müssen irgendwie rum da sind schüsse von hinter uns irgendwo ja dann weiter nach vorne nach vorne vorne wo auch in deckung hinten ist kacke müssen hier eindringen im komplex das ist noch eine fliegenfrau ja die ist weiter weg irgendwie hier rein müssen wir so ich guck mal auf die karte da hinten sind es da hinten ist einer oder was ist durchs tor gelaufen ja dann lass mal links ist ein fleischsack scheiße ich kann aufs dach gehen theoretisch auch eine trophäe liegt da noch hinterher zum hinter euch von fliegenfrau irgendwo ich weiß noch nicht wo die fliegenfrau ist da müssen nicht nicht gierig hinterher rennen müssen halt aufpassen ob wir die nicht für die flinke rennen weil das ja mit dem bounty da noch liegt ja schüsse ich bin tot ich bin tot er war 18 meter neben mir weißt du von wo kann ich ja nicht sagen ich gehe mal durch links von mir links von mir würde ich sagen ob ich irgendwas hier sehe da sehe ich ein ja genau da hinter den bäumen werfen werfen bombe matthes ich verlinkehle jetzt er sieht mich da läuft er doch am baum ich weiß aber er ist zu weit weg die hauen ab ich muss nachladen dann belebt mich wieder das ist ja bringt ja nicht ich hagen die lübte blüte blüte mal wieder da sind zwei leck mich da im arsch nach mir kommt auch noch was sehr schöne bombe getroffen boah das gibt es nicht ja so ein ultraschlechter aim hier seid ihr beide tot oder was fuck man schissen sind waffen hier ich habe nur einen schuss habe ich getroffen war nur ein einzigen das gibt es doch gar nicht ja du willst ja ich muss mit der knarre headern geht gar nicht anders wenn du den triffst schickst du dein team in die defensive das ist wichtig wenn einer down ist dann reduzierst du die feuerkraft muss nicht alle töten muss stress auslösen das erzeugst du durch treffer Hagen weißt du was du machen kannst du dir den clue schnappen hast du ein bisschen dark side ja stimmt dann bist du im vorteil boah ey du fass was fass das fass das fass Oder geh aufs Dach hoch oder sowas. Ja, oder hol dir den Clou, ne? In die Bude rein. Was kommen da so Hunde an? Du solltest ja auf jeden Fall da abhauen. Problem ist natürlich, dass hier zwei Teams sind, ne? Oh, da hatte ich gesehen, Hagen, ey. Boah, geh bis in die Bude. Da sind Hunde, da sind Fliegenfrauen, ey. Geh in die Bude, ey. Hinter dir, höre ich was. Hinter dir. Hinter dir sind wir, ja. Wo du rennst nach draußen, Hagen, und belebst uns wieder, dann brechen wir uns. Ja, warte, warte, warte. Musst nur schnell sein. Rennst in den Wald, belebst uns wieder. Muss halt schnell sein. Die bekämpfen sich, du kannst, echt, da ist einer. Geh uns wiederbeleben. Ja, sag doch mal leise. Ja, seid doch mal leise, ja. Da hinten ist einer. Ja, da war einer, wo du hingezielt hast. Ja, ich weiß, aber wenn ich jetzt hier rumballere, weißt du ja, dass ich hier bin. Ne, ne, schon klar, klar. Hinter dir, oder was? Ja, da ist er. Du hast ihn voll erwischt, Hagen, wa? Du hast ihn gekillt. Du hast ihn voll erwischt, Hagen, ey, eiskalt. Der Weltkrieg. Wovon, wo kommen die alle her, die Lappen, aus allen Himmelsrichtungen? Ja. Lieber Matt ist, ja, lieber rechts, den wiederbeleben, ne? Wissen Sie nicht, wer wer ist. Ja, das bist du, glaube ich. Das ist noch eine Granate, Junge, geil. Okay, der ist, einer hat den Clou aufgenommen gerade. Ja, dem, die Bounty. Dann musst du flott sein. Dann vielleicht doch lieber den in der Nähe bei dir aufheben. Ja, Problem ist, hier ist noch irgendwo einer. Ja, mit so einem Cowboyhut einer, glaube ich, ne? Ja, der war, da ist Schritte. Ist nah dran. Pack besser die Knarre aus. Ja, Knarre. Krasse. Da, links war er, links. Er ist ein bisschen weiter weg. Da oben. Boah, knall den bloß nicht ab. Nicht schießen. Okay, der ist jetzt oben auf dem Turm. Einen hätten wir zumindest. Danke, Hagen. Ehrenmann. Ich muss mich nur irgendwie hier heilen. Ich heile mich eh mal schnell. Ihr trennt euch gerade, ne? Ja, ich muss mich eben, äh, ne. Ach, ich hab, ich hab nur einen beschissenen Lebensball. Kann ich mich gar nicht heilen. Wo ist einer? Ich komme. Okay. Der ist hinterm, irgendwo hinter. Ja. Hinten läuft er. Boah. Vielleicht nicht wieder belesen. Ja, geh mal, geh mal zur Molke. Geh mal zur Molke. Geh mich wieder belesen, renn zurück. Aber leise. Ja, ich muss irgendwie rennen. Du musst wohl aufpassen. Du kannst sein, der dich sieht, ne? Ne, nicht mich wieder belesen, oder? Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ich hab ein halbes Lebenssinn. Rechts ist einer, rechts ist einer. Da. Sauber. Weg da, weg da. Genau in die Büsche, ja. Boah, von wo schießen die Penner denn alle, ey? Vor dir. Du musst die Flucht nach vorne machen. Wo wer jetzt zuerst sieht, hat gewonnen. Lieber nicht bewegen. Ja, ich hab vielleicht einen auch im Nacken, ist das Problem. Kein Problem. Im Wasser irgendwo? Wir sind auch am Greifen. Weise? Ne, vor dir. Links. Links, links. Ja, näher, da irgendwo. Rechts. Zwei. 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 Da. Warte, bis hier steht, ey. Herz. Gott im Himmel, ey. Jetzt fackeln sie euch ab. Jetzt, jetzt greife an. Irgendwo schießt er ja gar nicht. Du musst jetzt vor dir, vor dir, vor dir. Du musst angreifen, angreifen, links. Ich seh keinen. Ich hör nur Schüsse. Bei mir ist doch noch eine Frau hier gewesen, oder nicht? Scheiße, Mann, ey. Sonst sind die weg. Wow, ich finde ich mal Gesichtkontakt hätte, ja. Lieber nicht laufen. Lieber nicht laufen. Beobachten. Wer ist denn am Brennen von euch? Rechts. Beobachte, geh mal rechts. Guck mal nach rechts. Da. Hier ist Blatt. Rechts ist noch einer irgendwo. Beobachte. Er wird rauskommen. Gucken. Er wird versuchen, seinen Kumpel wiederzubeleben, also. Ja, ich hoffe, der sieht mich nicht zuerst, ja. So, wer brennt denn von uns? Vielleicht kann zu einem wiederbeleben. Ja, ich weiß, was einfach mal geht. Mal ein Schuss, oder? Dann versuch, wiederzubeleben, diesen abgelehnt. Ich schieße, glaube ich, nicht auf dich, oder? Rechts, der, rechts, die Leichen. Ach so. Ja. Nein. Sehr schön. Jetzt gib den Rest. Boah, nice, Junge. Du musst schnell sein, du hast wenig Leben. Oh, ist noch einer irgendwo. Ist noch einer. Hau ab. So, Leute, sorry, ich habe alles gegeben, oder? Ich weiß nicht, wenn ich hier jetzt verändern lasse. Fuck, ey. Was ist denn mit Molke? Den kann ich auch in jedem Fall mal suchen, hier, oder? Ja, er kann vielleicht, du bist von rechts abgeknallt, aber... Oh, mein Puls, ne? ...ich gehst das Risiko ein, ne? Komm. Vielleicht können wir Hagen immer noch retten. Mit der Bounty vielleicht. Oh, shit, Mann. Zu spät, ey. Fuck. Du brauchst ein... Ich glaube, mit Bounty kannst du jemanden wiederbeleben. Ich glaube, du kannst ihn wiederbeleben. Was, die Bounty, oder? Ich habe ja keine Bounty. Ach. Eine Bounty ist schon auf Weg nach Hause. Hagen hat die vielleicht. Ne, Hagen hat die, glaube ich. Ich hatte keine Bounty. Ne, hatte ich nicht. Der Typ ist, glaube ich, abgehauen. Guck mal auf eine Karte. Vor uns ist einer irgendwo da. Guck mal auf die Karte. Da ist eine Bounty. Die waren es in der Nähe. Irgendwo vor uns, ja. Nicht rennen. Leise. Er ist aber schon abgehauen mit der Bounty. Das ist das Problem. Ja, die sind ganz nah dran. Der ist direkt vor uns. Ich sehe den nicht. Markier mal. Platt. Da ist er. Da ist die Bounty. Gut. Ich versuche, Hagen wiederzubeleben. Wo kam der Schuss her? Direkt vor mir. Direkt vor mir. Direkt bei der anderen Leiche. Ah, schade. Sauber, ey. Also ihr habt echt gut gezockt, beide. Also Hammer.